War Vegeta schon immer ein Original-Talaun. Ja ne, guck mal, er kam auf die Erde nur um Stress zu machen, weil sein Bril, der Glatze hat und eindeutig auf Stoff war. Der Bruder hat nebenbei fast die ganze Gang rasiert. Son Goku hat aber trotzdem seine Air Force auf seinen Kopf gemacht und ihn schlafen gelegt, ohne Probleme. Vegeta wusste, dass man niemals unter die Schuhe von jemandem kommen darf. Deshalb hat der Nachbargerie eine Datei in seinen Windows-Desk-Kopf in den Papierkorb gelegt und direkt geleert. Tama. Danach meinte er kaum eins gegen eins, da und... Son Goku meinte, okay, lass um die Ecke. Dann sind sie gegangen und dann Fetzerei, dies, das. Son Goku hat seinen Postmossal angespannt und Vegeta meinte, ich habe keine Angst vor dir, ich habe nur Angst vor meinem Grab. Auch wenn Son Goku genockt wurde, hat Vegeta auch mies kassiert, weil er auch von den anderen gejumpft wurde. Und Krellin hat schon ein Messer gezogen, aber Son Goku ist Main-Charakter und meinte zu Krellin, er soll nicht abstechen. Tama, die haben ihn gehen lassen. Bestimmt, weil Son Goku sich dachte, Vegeta ist ein Cousin irgendwo und der einzige Saiyajin. Ja ne, endlich einer, mit dem er chillen kann, in Shisha-Bar und FIFA zocken kann. Aber er meinte als Vorwand, nein, nein, ich will nur Heir machen. Okay, Krellin lässt ihn gehen und Vegeta fliegt zurück nach Planet Namek. Er hat sein Gesicht verloren und muss irgendwas machen. Er brauchte aber erstmal eine Woche Rest Day und er wollte seine Cousins rufen. Aber leider waren alle Cousins schon tot. Wegen Freeza, dem Bitch-Ass, Diktator-Ass, Sneaky-Ass-Muffucker. Und das ist auch der wahre Feind von Vegeta. Deshalb war Vegeta salty as fuck und zwar die ganze Zeit. Aber er hat schon Plants geschmiedet, wie eine kleine Fliege, die sich die Hände reibt. Und Fliege trifft sie gut, weil genau so geht Freeza mit Vegeta um. Er klebt ihn mehrmals und gibt ihm Backshows des Todes mit so einem schönen Hintergrund mit Wasserfall und so. Und Leute behaupten, es hat Vegeta in Wahrheit gefallen. Aber das sind halt nur Gerüchte, die auf den Streets kursieren, so wie Flüchtlings-Off-E-Roller. Nachdem Freeza ihn aber zum Ende doch gebostet hat, kam Son Goku mit seinen neuen Air Force Yuzis Namek Special Edition und alle meinten, boah krass, wo hast du die her? Aber er wollte keine Aura verlieren. Deshalb hat er ihn einfach nicht geantwortet und ist direkt zu Freeza gegangen und hat gesagt, komm fighten, du Bitch-Ass. Und Freeza hat mies kassiert und dachte sich, tamam, ich werde jetzt erstmal den Maniac mit Glatze äffen. Er hat ihn wie ein Luftballon in der Luft platzen lassen. Und nachdem Luftballon Abi gestorben ist, ist Goku komplett ausgerastet. Er ging live, hat alle beleidigt und ist auf Mutter gegangen. Und dann am Ende wurde er einfach Super-Serge. Und Freeza war jetzt komplett am Arsch. Er dachte sich, tschüss, Mannacke. Wieso sieht er denn jetzt anders aus? Aber Son Goku hat ihm seine ganze Diktaturfresse poliert, bevor er was sagen konnte. Am Ende lag er wie ein Hund auf dem Boden und meinte, komm, Bruder, wir machen Reir. Und Son Goku meinte, tamam, ich bin mein Charakter. Vielleicht kriege ich dadurch mehr Follower und so. Hat er auf gutwillig gemacht. Aber komm, dreht er sich um, will Freeza ihm wieder Backshots geben, wie bei Vegeta. Aber Son Goku rollt nicht like that und beendet Freeza komplett. Zumindest denkt man das. Aber dieser kleine Wayne ist einfach unsterblich. Nach ein paar Jahren macht er die Boss-Transformation auf Metallstrott-Basis und kommt wieder. Aber warte, hier geht es doch um Vegeta, den First All-Own-Ever. Aber ich muss ja auch auf die 8 Minuten kommen. Naja, wie dem auch sei. Nachdem Freeza erneut von ihren Backstreet Boys Trunks zerfetzt wurde, der auch noch der Sohn von Vegeta aus der Zukunft ist, bekommt Vegeta noch größere Ego-Probleme, als er schon sowieso hat. Er denkt sich, bei Gott, ich muss nächste Staffel auch Super Saiyajin werden. Also ist er in den Gym gegangen, hat Schattenboxen auf 5-fache Härte gemacht und hat endlich Kreativ genommen. Auf einmal, der wird Super Saiyajin beim Cyborg-Ark. Alle sind am Stau und die sagen, boah, du bist safe auf Stoff und so. Aber Vegeta beleidigt alle deren Familien und nimmt erst mal das 10-19 auseinander. Man muss sagen, dass schon Hatar wieder hier auftritt und wieder den verbiegt. Ja, nee, er reißt ihm einfach seine Arme aus und steckt ihn in sein Cyborg-Gut. Danach sagt er, Chalas reicht jetzt und macht seine Big Bang-Attacke. Ja, nee, er dachte sich, wenn Son Goku, der Whisich Kamehameha macht, muss ich auch was machen. Ja, nee, er ist genauso Löwe, sogar noch mehr, weil Son Goku hat Corona und hat sich nicht impfen lassen. Er hat sowieso gerade irgendwelche Probleme und ist am Abgacken. So, nach der Sache mit Android-19 dachte Vegeta, er ist der Vater von diesem Anime. Ja, nee, er ist bei jedem auf Mutter gegangen und meinte, der ist jetzt der einzige Saiyajin mit Stolz und Ehre. Dabei hat er von Seite gestichtet gegen Son Goku. Man hat gemerkt, er war auf Stubbif. Und dann kam C18 und die meinte, die ist baddie und independent. Und Vegeta war toxisch-maskulin unterwegs in der Küche ist. Doch Küchengerät Abla hat Vegeta's Ende gebracht. Sie hatte zu viele Shirin David-Lieder gehört und ließ sich nichts gefallen von Männern. Somit hat sie ihn einfach zum Hund gemacht und mit einem Ta'laon-Drehkig den Arm gebrochen. Sie hat aus Prinz Allah-Sahir-Jins einfach Prinzessin gemacht. Es hat nur noch eine Krone gefehlt mit Schleifer auf seinen Kopf. Trunks ist sofort ausgerastet. Er meinte, Chalas, ich muss Familie Ehre retten. Aber C17 meinte vorher, die sollen eins gegen eins machen und wer sich einmischt, den bringt er sein Ende. Und der Ausraster hat sich nicht mal gelohnt, weil er wollte sie abstechen mit seinem Schwert. Aber C18 hat das einfach abgewehrt. Jani hat dieses Schwert außer bei Metallschrott-Freezer irgendwas gebracht. Jani wird nicht langsam Zeit, das wegzuwerfen. Auf jeden Fall, Vegeta war am Ende. Sein Ego war komplett am Arsch. Er dachte sich, bei Gott, ich muss irgendwas machen. Sonst werde ich noch zu einem Meme. Also was macht er? Raum von Geist und Zeit. Jani, richtiger Cheatcode bei Dragon Ball. Das macht irgendwie jeder. Er geht rein, um auf sein Leben klar zu kommen. Jani hat komplett Training durchgezogen. Er meinte, alles natural. Aber jeder wusste, was er sich da reingeballert hat. Damals nach ein paar Tagen war Vegeta wieder zurück. Er kam raus und er meinte, ihr seid alle Hunde und unter meine Schuhe. Die haben ihn angeguckt und haben sich alle gedacht, chill, Bruder, du wurdest von Android-Betriebssystems so rund gemacht. Aber keiner hat was gesagt, weil die hatten Schiss. Auf jeden Fall, Vegeta ist erstmal live gegangen und hat Ansage gegen Cell gemacht. Cell meinte, Tamar, komm, wenn du Mann bist. Dann kam auch der Kampf Vegeta gegen Semi-Perfect Cell. Man muss sagen, Vegeta hat Cell mies gegeben. Er hat ihn zunächst komplett auseinandergenommen und Aura gesammelt. Aber dann kam Höhenflug wieder bei Vegeta. Er meinte so auf einmal, ey, Tamar, den ganzen Cousinen seine ganze A-Shirtet. Guck, was ich mache. Er wollte ihnen zeigen, dass er vor niemandem Angst hat. Und dann hat auch Cell seine perfekte Form erreicht und er meinte, Tamar, guck jetzt, was ich mache. Der ruft seine ganze Klamer und so, die ganzen Cousins kommen und auf einmal, du kannst ihm Vegetas Gesicht sehen, dass er richtig Kack an der Hose bekommen hat. Ja, nee, richtig Eier flattern auf einmal. Er meinte, chill, chill, war nur TikTok sportlich und so. Aber Cell in seiner perfekten Form hat die ganze Sache für sich gedreht. Er hat ihm Ohrfeigen seines Lebens gegeben und Vegeta wurde wieder zum Mund gemacht. Er hat Flashback zu den Backshots von Freeza bekommen und war komplett am Boden. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, nachdem er kassiert hat, sowohl von C18 als auch von Cell wird sein Ego nochmal angegriffen von Son Gohan. Ja, nee, nicht nur Son Goku selbst ist krasser, sondern auch Son Gohan, der Sohn von seinem Rivalen. Ja, nee, der Typ, der von den Eiern von seinem Rivalen kommt, ist nochmal krasser. Und er legt einen drauf, der macht als allererster Super Saiyan iOS Update Version 2. Er wird auf jeden Fall Super Saiyan 2. Gau mal, Son Gohan kriegt aber auch zwischendurch Höhenflüge und Goku Abi muss abkacken deswegen. Aber Vegeta denkt sich, wartet ab, nächste Staffel, ich f*** euch alle, ohne. So, was macht er in der nächsten Staffel? Er wird zu einem Megatalaon. Dafür steht übrigens das M auf seiner Stirn für Megatalaon. BUUUH! Okay, okay, okay. Danach kam die Buh-Saga. Und Vegeta hatte immer noch Komplexe, aber er hat das niemand gesagt. Er kam nämlich immer noch nicht drauf klar, dass andere krasser sind tatsächlich. Und er war immer noch in diesem Film, dass er Stolz hat und Ehre und dies, das. Also, was macht der Bruder? Er lässt sich von Babidi, der eindeutig für Habibi steht, einen Djinn in sich reinmachen und wird zu Megatalaon. Er verkauft seine Seele, damit er Goku endlich mal besiegen kann. Diese Ego-Trip hat jetzt neue Ebenen erreicht. Tamam, der Kampf zwischen Vegeta und Son Goku kommt endlich zustande. Vegeta rastet komplett aus und kommt mit Schlagstock und Pfefferspray. Aber Son Goku ist immer noch Main-Character und er hat eigentlich keinen Bock auf Witzerei, weil er hat auch Angst, Follower zu verlieren. Aber weil Vegeta auch Familie geht um so, muss Son Goku auch seine Ehre retten, weil sonst verliert er sein Gericht aufs Straße. Aber Vegeta fetzt Son Goku, richtig, muss man sagen. Doch, er merkt, dass es nichts bringt. Irgendwie war der Bruder so verloren in seinem Hass, dass er die ganze Zeit blind war. Er wollte Son Goku fetzen, aber er hat einfach nicht gecheckt, dass es ihm nicht um den Kampf geht. Eigentlich geht es ihm um Reichtum, Macht und Ru... Nein, falscher Film. Als dann Boo, aka Kaugummi-Abi, kam und, ähm, was war eigentlich seine Mission? Yo Habibi, die Mission von Majin... Ach so, tamam, okay. Wie dem auch sei, Ab hier wird's dann wiederum Dieb. Ja, nee, hier merkt man, Vegeta hat ein schweres Herz, ja, hey. Zum ersten Mal in seinem Leben umarmt er seinen Sohn Trunks und zeigt endlich sowas wie Liebe. Er sagt, Habibi, ich kauf dir die neue Playstation 5 Pro, weil du bist mein Sohn. Zwar nicht so ein Löwe wie ich, aber du bist dennoch von meinen Eiern. Aber bevor Trunks sich fragen kann, was an der Playstation 5 Pro so viel besser sein soll, als bei der normalen Playstation 5, gibt Vegeta ihm einfach eine Verbipfnuss und knockt ihn aus. Ja, nee, er hat ihn zum ersten Mal schlafen gelegt, seit der Vater ist, aber so auf Saiyajin Löwenart. Und das hat er auch nur gemacht, weil er etwas vorhat. Und zwar plant er einen Selbstmordattentat auf Boo. Ja, nee, er platzt nicht nur einen Livestream auf seine Mutter, sondern explodiert literarisch in einer riesigen Energieattacke, um Boo sein Ende zu bringen. Aber es bringt einfach nichts. Vegeta hat sein Leben geopfert und am Ende ist Boo immer noch am Stehen wie eine Eins. Ja, nee, er stirbt für nichts. Genauso viele Aura-Punkte, wie er gesammelt hat, hat er hier auch wieder verloren. Doch er kündigt sein Comeback an. Manche sagen, er ist sowieso nur wegen Promo gestorben. Aber Boo hatte auch damals zu Son Goku gesagt, dass er seine Toten äfft. Und Son Goku dachte sich, Tamam, du willst meine Toten äffen? Chalas, wir gucken. Deswegen wurde Vegeta zurückgeholt, aber Son Goku hat ihm auch gesagt, ey, chill mal, du bist immer noch Side-Character. Deswegen mach keine Faxen, bevor du wirklich stirbst und danach bist du hier komplett weg. Und am Ende, Bruder, nach Fertzerei mit Boo, wo Son Goku ihn komplett aus dem Universum katapultiert hat und kurz davor noch Dua für ihn macht, legt Vegeta endlich sein Ego ab. Er sagt zu Son Goku, Tamam, Coco Abi, du bist zwei bis drei Löwen mehr als ich. Ich muss das zugeben. Ja ne, das war auch der Moment, wo Vegeta so ein bisschen seine ganze Talaonisierung fallen lässt. Kein Schattenboxen mehr in der Innenstadt, keine 360 Tornado-Kicks, er lässt die Gucci-Cab zu Hause, der zieht nur noch Hemd an, der wird anständig, der geht sich irgendwo bewerben und so. So last lässt sich sagen, Vegeta ist nicht einfach nur ein Talaon. Wir alle sind nicht einfach nur Talaons. Wir haben aber alle gewisse Neigungen, Bedürfnisse, manchmal Komplexe, Masralla, links, rechts, Sago Sainek, an die wir täglich arbeiten. Wir lernen zu reflektieren, so wie Chromfelgen an den geliebsten AMGs. Und das ist alles ein Prozess, der dauert. Genauso wie Vegeta einen Prozess gebraucht hat, von Mega Talaon zum Bray zu werden, der sich opfert für die Erde, weil er sie liebt, weil er hier Frau und Kind hat und somit mehr als einen triftigen Grund, um diese Welt und ihre Bewohner zu beschützen und dafür zu sterben. Genauso brauchen die Brays heutzutage einen Prozess, durch den sie gehen müssen, um aufzuhören, Enkeltricks durchzuziehen und Schattenboxen auf offener Straße zu machen. Wobei man hier auch unterscheiden muss. Sowas wie Enkeltrickbetrug, Kreditbetrug, Drogendealerei, Zuhälterei sind bei weitem nicht so schlimm, Schattenboxen zu machen auf offener Straße. Das war's, Leute. Abonniert meinen Kanal, damit ich euch nicht beleuchtige in euren DMs. Bis zum nächsten Mal.